herzlich willkommen zurück zu it takes two teil 2 des großen werkzeugkoffers viel spaß ach so eine toolbox als endboss kann ich die nadel was müssen wir machen weiß ich nicht mach mal irgendwas ich bin genagelt worden nein nicht hinter die linie ja aber wir müssen noch irgendwas machen da oder nicht also da hinten wird was gestammt aber bis dahin kann ich nicht springen oder aber ich kann nicht hier in acht die nägel kann man da hochgehen kannst du das ding abmachen wo der dran ist näher habe ich schon geguckt ob ich da hinschießen können also der der visiert das irgendwie an oder oder markiert das normalerweise wenn das funktioniert aber wir müssen irgendwas da machen gar nichts kann ich hier machen also da kann ich ja noch keine leise reinmachen ich kann dir der nagel rein machen dass du da hoch kannst aber ja aber was bringt mir das jetzt warte mal also ich bräuchte mindestens zwei nägel kannst du da noch einen machen der ein bisschen höher ist über den nägel ein bisschen höher der ist aber weit reingegangen ich glaube der funktioniert nicht auch ein bisschen höher da komme ich nicht kann er geht aber so weit rein noch mal ach die gehen gar nicht hier unten können wir hin ja komm schnell du musst hier wahrscheinlich muss nichts reinmachen wir müssen einfach nur hier durch das ist aber ein spießroten lauf also beeil dich was auch immer du machen willst beeil dich okay du musst nach hier tschuldigung das sei jetzt gerade so gar nicht nicht dahin nicht dahin pass auf jetzt schnell rüber 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 aber ich kann nicht immer wie kann ich denn hämmern ich kann nicht immer für dich kannst du es irgendwie festsetzen ich habe kein leben mehr funktioniert das ich habe irgendwas gemacht aber ach so warte mal gibt es hier irgendwas zu festsitzen an dem ding ja weiß ich nicht das habe ich dich jetzt ein paar mal schon gefragt aber ich muss ja ausweichen ja weil ich finde hier nichts links ist doch was hast du da habe ich geschossen aber ich bin mann aber dein leben ist auch bald ganz weg ich sterbe hier wegen dir ja ich weiß nicht was ich mache nur mann da ist eine plattform habe ich nur ich habe nur eine plattform das muss über das ding gehen irgendwie ja deswegen sage ich ja warte ich kann jetzt noch mal ich kann es nicht machen ich weiß nicht nein ich weiß nicht was ich machen muss kannst du mir den hammer rüber schmeißen das ist jetzt nicht ernst war nur test ja ja nein ich war fast durch ich bin tot nein nein komm ja ich hab's verkackt aber wir starten wenigstens hier wieder immerhin etwas weil das das hätte ich jetzt richtig angekommen wenn das jetzt woanders gestartet wäre hier nein spring bloß nicht jedes mal wenn ich am ende springe will die nicht da hoch und schon wieder springe wo muss ich hier hin ernsthaft ich denke du kannst dich da hoch ziehen das hat sie nicht gemacht komm schatz komm schatz die nagel mich hier oh mann naja du musst das hauen hier schnell wo willst du hin schnell hauen weiß ich nicht muss erst mal gucken und den überblick verschaffen hier oben du musst hier hoch warte mal wohin ja warte ich halte es fest warte mal mach schnell hau das hoch hau es hoch schnell so geht das nicht hallo kommst du da hoch ja ja schnell aua hier sind dann diese glasdinger wo wir durch müssen lass du machen aua ach komm komm ey oa komm ich seh nix schnell du musst warte vorsicht du läufst da direkt in die dinger rein ja ich hab die nicht gesehen ah ok ok ja ich kam nicht mehr weg ich komm da nicht hin das geht nicht ich muss das von der anderen seite machen schatz warte mal ich komm zurück ja stimmt doch mann ey ich steh noch nicht mal da wo genagelt wird und trotzdem bin ich tot was soll das ja komm jetzt los los so du drecks weiß ich gar nicht wegzeug äh du drecks toolboy äh boy toolboy toolboy äh das hat bestimmt irgendwie damit zu tun dass du nageln musst aber äh was müssen wir jetzt machen das ist natürlich schlecht wenn ich da auch noch deine Seite gucke hu ok da da musst du festnageln hä drüber springen und dann in der mitte festnageln ok jetzt nicht drüber springen jetzt aufpassen 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 arm kommt drüber springen mitte festnageln man es geht nicht ach was ist das denn die nägel sind aber da drin gewesen ja er pfeift immer zurück alle nein er pfeift gar nichts zurück Achtung Achtung Arm stell dich nicht so weit nach rechts springen und jetzt in der mitte festnageln und jetzt in der mitte festnageln nein es funktioniert nicht ach du bist überhaupt was machst du denn da für ein scheiß du sollst in der mitte festnageln ich weiß nicht wo ich festnageln keine ahnung da jetzt schnell nagel ihn fest nagel ihn fest das geht ach dann sag das doch dass das ein links neben mir ist das ist in der mitte das ist nicht links neben dir ich sag die ganze zeit du sollst den arm festnageln welchen arm siehst du sonst noch und wieder drüber diesmal hat er mich auch erwischt und jetzt schnell die die machen schnell schnell vielleicht hättest du die lieber vorher machen müssen immer mach schneller du musst das schloss machen aber ich komme da ja nicht hin ja der wird mich wieder zurückschießen oder ja ich kann nichts machen ok ja gut zweimal auf jeden fall aber er wird richtig böse er holt den akkuschrauber äh den bohrschrauber so ne art nagelpistole wird das oder wie ne 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 er macht Löcher rein ach du scheiße ja das ist wirklich ja nächstes mal kaufe ich ein kleinere au 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 was war das oh gott ja geil selber willst du mich verarschen willst du mich verarschen was sollen wir jetzt machen ich darf da auch nicht rankommen ok jetzt hat er es gedreht irgendwie keine ahnung ich bin wieder da bin wieder da arm kommt arm kommt nein ich hab's nicht bitte 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 du musst auch die dinger wieder neu machen schnell 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 weg bei mir Mann was ist das nein es geht nicht oh nein wieso lässt sie los das ist nicht dein ernst ne ne das ist echt nicht deren ernst wieso lässt sie los ja genau ja genau ja genau ja genau ja das ist ja wieder klar jetzt müssen wir die ganze scheiße von vorne machen oder was ja och ne ist nicht euer ernst das ist doch scheiße also das muss ich ganz ehrlich sagen macht jetzt gar keinen spaß mehr jetzt wieder alles von vorne zu machen mach schnell ja ist nichts da ich kann nicht springen mach ich kann nicht springen ja doch ja dann dann ja dann ja 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 Zumindest, was wir machen müssen. Wodrauf es ankommt. Echt? Ja. Dass wir hier zum Beispiel drüber springen müssen. Das wussten wir eben ja noch nicht. Dass wir im Endeffekt den Anführungszeichen nur drüber springen müssen, bis der das gedreht hat. So, Achtung. Nee, noch keinen Arm. Jetzt kommt der Arm. Vorsicht. Nein! Zielen, zielen, zielen. Festnageln. Oh, komm schon, komm schon. Oh! Cowabunga! Äh, ach so. Oh, that's gotta hurt. Aha. Okay. Was dann? Wirst du mich verarschen? Noch eine Runde? Also oben ist so eine Dose drin. Du musst wahrscheinlich auf das Ding was machen, damit ich damit springen, äh, dingfen kann, oder? Ja, du musst sterben auf das Ding. Ja, du bist auch tot. Jetzt müssen wir es nochmal von vorne machen, komplett. Ach, nee. Ach, nee. Zum Glück nicht ganz von vorne. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann es nicht machen. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der jetzt immer noch auf dich, Schaf, hier. Aua! Ja, ja, toll. Nein, das ist dein Ding. Du musst das doch machen. Doch, schnell! Schnell, drauf! Ja, nein! Och, jetzt wissen wir, wer was... Ja. Ich hätte da drauf gemusst. Ach, Mann, ey. Deswegen habe ich gesagt, schnell drauf, ja. Ja. Was macht der denn jetzt hier? Ja, er kommt wieder in seine Sequenz. Jetzt nochmal! Ach so, ich muss die nochmal machen. Zweimal muss man die machen. Die geht nicht bei einem. Also einmal... Was ist denn scheiße? Oh, oh. Oh, Kreissäge, Kreissäge. Oh, Nägel. Raus, raus. Oh, die macht die mal kleiner. Ach du scheiße. Kann der mal dieses Scheiß-Ding wieder machen hier? Nein, nein! Oh! Junge, hau mich! Hau mich! Nein, der hat mich gesägt. Ja, aber du lebst noch richtig. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Warum sagst du das auch? Ach, komplett normal, ey. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon echt ätzend, wenn du immer wieder alles von vorne machen musst, weil das... Ja, wie willst du da von entkommen? Von dem Typ, ey. Das ist ja auch scheiße, ey. Was meinst du? Oh, ich werde fast ins Loch gefallen. Achtung, jetzt sind es 20 hier drauf, was ist er los? Oh, fast hätte ich es geschafft mit einem... Äh, äh, mit... Mach nochmal. Ja, mach nochmal, ich kann nichts machen. Kreissägel, Kreissägel. Ja, ja. Nägel, Kreissägel. Vorsicht. Oh. Lauter Nägel. Achtung. Boah, ist das eine Scheiße, ehrlich. Also, ich nehme alles zurück, weil ich gesagt habe, das Spiel gefällt mir nie mehr. Ach, jetzt kommt das auch nochmal. Boah. Du musst mich hier drü... Achso, das kommt auch nochmal. Willst du... Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, doch, richtig. Nein, der zweite Schuss hat nicht gezählt. Och, komm, ey. Hä, wie will das? Das schaffen wir doch nicht. Guck mal, wie klein die Plattform nur noch ist. Boah. Nein! Nein, Beine gleichzeitig. Willst du mich verarschen? Ist nicht dein Ernst, ne? Also, das sind so fucking Momente, ganz ehrlich. Das nervt einfach tierisch bei solchen Spielen. Ach ja, komm, ey. Dann hat der uns hier auch noch beide gesäbelt, oder was? Oh. Ja, Schatz, ich glaube, mit Essen wird punktlich heute wird nichts mehr. Und warum? Weil wir doch das eine machen wollten. Pass auf, du bist dran. Komm, komm, komm. Komm, komm. Dann war ich schon, ja. Naja, ich denke mal, du hast drei Versuchen, wenn man es da nicht verschafft hat. Also zwei habe ich reingekriegt, aber... Kreissäge. Komm. Vor allem kriegst du das nicht hin, wenn du nicht zwischendurch so ein bisschen deiner... Oh! Ah! Oh! Nein! Halt durch, halt durch! Achtung! Nein! Schnell, schnell, schnell! Drauf, 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 drauf! Nein! Ach, komm, ey! Ja, dann können wir es wahrscheinlich vergessen. Ach, das ist doch scheiße, sowas. Das war's, ja. Ey, das ist echt... Das ist ein Hass-Ding, ganz schon wieder, ey. Vor allen Dingen, ich gehe davon aus, du hast wirklich nur diese... Diese... Drei Versuch... Aua! Ich bin geflitzt, wieso bin ich da jetzt nicht rausgekommen? Achtung! Jetzt komm! Nein, einen bräuchten wir noch, scheiße! Das wär mir nicht schaffen. Konzentrier dich. Er kommt, er kommt, er kommt! Rauf, rauf, rauf! Zielen! Ja! Oh, leck mich, ey! Meine Fresse, ey! Schatz, nagel mich, ich bin gerade in der Vorfassung. Nagel mich, dreimal! Drei Nägel! Boah! Oh Gott, ey, meine Hände sind nass. Ja, sie freuen sich. Guck mal, die gehen zusammen, die Nägel bringen sie... Oh! Ich bin sowas von bereit, hast du das gehört? Ja, guck mal, sie stehen unten rein. Sieht irgendwie pervers aus. Ja. Und er hilft ihm hoch, er steht. Nur sie? Ich bin ein. 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 Wo ist mein Herrscher, der? Ich habe gesehen, die Explosion? Ich habe immer noch die Rose. Oh, natürlich, natürlich! Sebastian, kannst du ihnen helfen? Sie müssen sie helfen? Sie müssen sie auf den anderen Seite gehen. Oh! Flexible. Okay. Step on board. We need your help, Rose. Close the door. Mrrrah. No, 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 no! Help us out! Close! Oh, you stupid buck! Oh, you've locked us in, you idiot! Now we're stuck in here. Stuckness is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss. The one that's open. Okay, FYI. There is only one door in this shed. And one window. Good thinking! May! Woo! Und wieder mal war ich es, die herausgefunden hat, wie wir rauskommen. Zumindest wodurch wir rauskommen. Weiter wissen wir ja noch nicht genau. Ja, ich würde sagen, dass wir... Kann man mich hier irgendwie mal vergrößern oder so? Da, so kann man mich so einigermaßen sehen. Und deinen Hintern auch. Ja, danke, Schatz. Aber ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich die Episode zweiteile oder ob ich das komplett lasse. Wir sind bei knapp 50 Minuten, deswegen seht ihr es mir nach, wenn ich einen harten Cut gemacht haben sollte. Dennoch werde ich mich für diese Episode erstmal verabschieden. Und ich glaube, wir brauchen jetzt beide erstmal irgendwie einen Kaffee oder sowas. Ja, 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 ja. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.